Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich auch so aufgebracht habe, dass ein paar davon nicht viel sprechen kann. Mir ist es eben um einen Schilder zu machen und dann überlegen ich eben. Das geht bei mir nicht gut zu. Gleichzeitig ist ein Mann und die meisten Frauen behaupten, dass meine zwei Sachen werden sie nicht kennen. Ich behaupte nicht, dass es nicht so ist. Ich verkeh ich streit sich in Dörfer los und ist ja von mir bei ihrer Meinung. Und du hundst vergisst, was ich wollte. Ah ja, Lapis Lazzulli. So, Lapis. Äh, ich schreibe nur alles gut, ich weiß nicht was. oder? Ah, Lapis Lazzulli mein Akkiffon, dann werd man ja schwer, ich will aber ne качеzvonben. Hm 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 hm. Ich meine einfach blumen den Hauna. Da fanden wir mal mehr oft. Blumen Blumen Äh, der Rest Äh Ja, dann sollte ich aber alle mal Hallo Also Geschirr, Mama, Geschirr 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 kriegt Schön, dass wir nicht alles mit dem Rundrum schliefen So Ah, Faklen, dann kriegt wir Faklen Kann man da machen Hier irgendwo ist auch Bulli Bulli, holen wir Wirklich um was So Dann haben wir Heuerste Holz Haben wir Wir nehmen auf So Stang haben wir auch hier sind voll Stang 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 Blumen Äh Stang 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 Filer Lass Mal gucken was war das Das Ja, das geht Monster Verrottet Man hat gesagt es weiß wie ZA LUT Äh So, jetzt mal gucken, wer ist das? Gold, Diamanten, Eisen. Eisen, hol mal irgendwo. Eisen hat man da an der Kirchende. Dann haben wir hier Eisen dran. Und hier haben wir Quill. Monsterrechte. Du mal, da kann ich hier nur so Zaubertränk machen. Unwürstel ist gesehen. Pfeiler. Kann man hier nur weiterverwenden. So, Wurzeln. Blumen, Blumen. Wir nehmen einen Blumen. Und dann machen wir noch... ...ein Kleinkrüst. Sticks. So. Ja. Da muss ich noch Sticks dran machen. Wann Sticks schreiben. So, Fackeln machen wir auch noch. Der haben wir... Wurden wir da ein Kild allein? Ne, haben wir nicht. was. Aber dann... ... ... ... ... ... mama wohl okay ich fand das war so viel platz jetzt lagern an soll die lager geben wir nicht drauf und bleiben aus die behindert schon mal schwert am dach machen vielleicht verwarfen haben wir richtig da war es noch besser geschirr war man schon dabei sind da profitieren ich habe es noch ein paar ich habe es noch nicht ja okay so können wir alles wo sie los sind so und geteichter lubert sei so hochgreifen ich schlug aufragt was So, dann machen wir das. Min? Höhle, Schlucht? Feinheit. Nein, nein. Arme Wurzelnas. Halt weiter? Nein. Kies. Kies. Ich meine nur einen Küsch mit Kies. Ich schere ständig ein Skelett und die verunsichert mich. Uh-huh. Okay. Okay. Kies. Jetzt. so ein bisschen rau ist. Flöder Maus. Den Müll, das hier gewähne ich nicht. Wir fahren heute weiter. Das soll euch wenigstens beandrücken. So, wir machen hier einen Fackel hin, das sieht doch schön hell aus. Voll halber Maus weiter. Auf und, hier ist ein kleiner Feuerstang heinst du. Ganz so ein Trick. Da kann der Film hier sehr aufbauen. Ähm, so. So. Okay, das wird mal los. Da ist so kleinen Trick, den ich kann machen. Und da baut er sich einfach für mich sehr auf. So. So. Und da brauchen wir. Den Stang auf. Das ist einfach okay, das ist richtig viel. Also. Also. So. 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 Ups. Und da fahren wir auf. So. Und da kann man nur noch mal das Stang hei aufbauen. So. Und da brauchen wir nur noch das Zivier zu lernen. So. 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 Du. So. Und da carnitivivio. To. So. I'm sorry. I'm sorry. das machen. Da gehen wir in englisch an die Tasche hoch. Weil wir müssen hier hochgehen. Wenn wir Eisen wollen, also wenn wir, nicht Eisen, wenn wir, äh, das ist gut. Wenn wir, ähm, Diamante wollen, dann muss man mit Dave gucken. Weil die sind an der Oberflasch. Und wie hat das nicht geklappt? So. Also wir werden es durchbauen. Solange wir fackeln. Dann werden wir das können. Ich mach mal lieber auf das. Dann läuft das rum nicht viel. Ja. Da nehmen wir das. So. Okay, ich hör mal richtig viel mittlerweile. Weil. Und ich hasse neulich durch Kies, weil das immer so eng so erweitert. Kann ich noch Ballen nicht verwenden. Also, die Leute, die bauen mit Kies etwas, aber ich gehöre nicht dazu, die Leute, die nicht mit dem Kies können, in den Neufang können. Würde ich in den Cheif von den. Ich fand ihn, das ist klassisch. Ja.